oder? Ne. Wow. Okay. Hier ist die Front nochmal. Ich habe schon lange nicht mehr so eine gerade Front gesehen. Und die geht hier unten auch noch ein kleines bisschen weiter, aber nicht mehr wirklich stark. Und dann haben wir auf jeden Fall auch den Blickbein. Wie gesagt, Oldenburg wird wahrscheinlich da, wobei ich was abbekomme. Das würde wahrscheinlich richtig geil aussehen, wenn man hier gerade bei Oldenburg zum Beispiel ist. Da würde es wahrscheinlich gerade richtig schön aussehen. Ich sehe gerade, was Chassel macht. Chassel spielt gerade lieber Roblox, als Bihilmstum zu helfen. Okay, das ist ein Bild aus Gading. Einmal kurz gezeigt natürlich. Einmal noch mal ein neues U-Jahr.